hallo leute in diesem video zeige ich euch die versprochenen piercing ringe zu denen die gehen bis 5 mm und die sind echt cool und ich habe halt ganz viele bestellt weil ich die auch zum basteln verwende und wenn ihr welche haben möchtet einfach bescheid sagen ich verkaufe die für 4 euro das stück mit versandkosten ich denke mal 90 mit 90 cent kommt man hin wenn ihr eins haben wollt oder mehrere gerne bescheid sagen mit der wunschfarbe und jetzt präsentiere ich euch das ist acryl sind so voll die coolen ringe in fünf millimeter eben mit so zwei stopp gummies sind richtig cool habe ich in folgenden farben und zwar in schwarz ganz normal schwarz genau schwarz in durchsichtig grün ja das ist so grün eben so acrylisch grün dann habe ich die in rosa rosa geht weg wie die sau da habe ich schon schon vier verkauft ist auch so ein durchsichtiges rosa roch geht auch weg wie die sau was mich eigentlich wundert war eigentlich geht immer dieses grün total schnell weg von den orangen habe ich sogar schon sieben verkauft die sind roch durchsichtig also ist so ein ganz grelles orange habe ich jetzt irgendwas weißes jetzt habe ich nichts weißes moment ich habe hier noch ein einkaufszettel da lege ich es mal drauf damit man das vielleicht sieht ja es ist auf jeden fall so ein ganz grelles orange dann hellblau also im vergleich hellblau dunkelblau dunkelblau und rot alles so durchsichtige farben außer das schwarze schwarzes komplett nicht durch scheint also wenn ihr eins haben wollt oder mehrere schreibt mir gerne und ihr wollt alles weitere regen wir dann per nachricht ok dann ich wünsche euch was schönen abend macht es gut ciao